Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Gute Arbeit. Standort der Geisel. Sicherheitsabstand halten. Herzflug sind reingesetzt. Wir sind so eingesetzt. Der Geisel. Gute Arbeit. Dresel. Gut. Dresel. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Die Ein Wagen. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Wandverstärkungen erledigt. Nur noch ein Gegner in Brich. Explosion mit Nito. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Diener, Pro evening. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. 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 Ich lade Munition nach! Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ich scanne nach Geräten und Fallen. Ich scanne nach elektronischen Geräten. Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Fahrgutbehälter entdeckt. Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Fahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Bereite Willkommensmatte vor. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Bereite den Tennis-Mitglied. Nicht in der Nähe aufhalten. Ich setze den Sensor ein. Ich setze den Tennis-Mitglied. Ich setze den Tennis-Mitglied. Ich setze den Herzschlag-Sensor aktiviert. Herzschlag-Sensor aktiviert. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Sensor eingesetzt. Letzter verbleibender Gegner. Ich setze den Tennis-Mitglied. Ich setze den Tennis-Mitglied. Was man im Schlagen? Das ist geil. Ich erraten euch sicher. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Den Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Entspanzen des ZDF für funk, 2017 Beklemmagazine! Ja! Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch ein Gegner übrig. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Eigner Druck hat Gegner eliminiert. Das war's für heute.